Hey liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, wir spielen jetzt direkt erstmal mit der Gold-Exer. Ich wollte eigentlich mit der Gold-TWM was machen, aber weil ich mit der Gold-TWM nichts rasiert habe oder nichts hingekriegt habe, machen wir erstmal mit der Gold-Exer was. Alter, direkt ein Dreifach-Kill rausgehauen. Alles klar. Habt ihr das gesehen? Ah, Trax, ich spiel mit einer Autosniper. Die spielt einfach mit einer Autosniper, alles klar. Kann ich auch, die hat immer noch keinen Aim, so wie früher. Das ist gut mit Autosniper, ne? So viele Headshots und wieder. Tja, scheiße, das war verimt. Crowley, das war verimt. Das war einfach nur verimt. Auch ich kann mal verimen. Und Full-Hit-Marker. T, ich spiel mit Autosniper. Es ist immer noch kein Aim dahinter, verdammt. Aber es ist halt so, man darf ja alles benutzen. Ist ja nichts verboten. Man darf ja hier mit Karotta sogar spielen, wenn man Lust hat. Ey, gerade hatte ich wieder einen super Lauf und jetzt kassier ich wieder hart. Alles klar. In drei Minuten kassier ich doch nochmal richtig sicherlich. Was war das? Was war das? Doch, ich hab sie gekillt. Nice, ich hab sie noch gekriegt. Alles klar, Dreierkelstück. Ah, da war noch einer. TKB. Der vom TKB. Noch eine Nate? Oh, die Nate fliegt gut. Macht aber kein Kitsch. Schade. 12,6. Da muss man halt die Gold-Extra einpacken, wenn die Runden nicht mehr so gut laufen. Leute. Ich hab ja vorhin am Anfang des Videos erwähnt, ich hätte die Gold-TWM. Ja. Ich hab ja die Gold-Extra, die FY7, nee, Quatsch. Und die Gold-TWM. Stimmt, die Gold-TWM. Also ich hab die Gold-TWM und die Gold-Extra. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich mit der Gold-TWM das Gameplay machen, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen haben wir mit der Gold-Extra jetzt das TWM gemacht. Keine Ahnung, jetzt hab ich mir jetzt mal eine 2er KD, jetzt hab ich meine KD wieder halbwegs in Ordnung gebracht. Weil vorhin die Runden 1,1er KD, 0,7er KD. Dann hab ich wieder verkackt auf eine 0,0er KD. Da hab ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Und ich hab jedes Mal mit der Gold-TWM gespielt. Und jeder hatte mich jedes Mal rasiert. Zum Thema Gold-TWM. Ja, ich besitze wirklich die Gold-TWM. Hier seht ihr die im Inventar. Also nix besonderes. Mit der spiele ich außerdem sehr selten. Wenn ich mit der spiele, dann eigentlich nur für Aufnahmen oder halt so Kleinigkeiten. Am meisten spiele ich lieber mit der Sniper. Naja. Das wär eigentlich so alles, was ich sagen wollte. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich denke mal, im nächsten Video werde ich mal mit der Sarosk mal ein wenig spielen. Ich rüste die schon mal aus. Das ist nämlich eine sehr, sehr starke Waffe. Aber das seht ihr im nächsten Video, wenn überhaupt. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut raus. Ciao.